Was ist los, Potato? Geht's jetzt raus? Macht's wieder sauber? Wie kann sie nur, ne? Kommst du nicht durch? Hallo, alles klar? Ist alles so eng hier, aber ich muss es erkunden. Der ist schon ein faszinierendes Vieh. Hallo, du bist eine Sackfalte. Da macht Sarah gerade wieder sauber und du läufst draußen rum und guckst dir alles an. Ist alles so spannend hier. Ja, gleich kriege ich wieder einen Beschwerdebrief, weil es draußen aussieht wie Chaos. Ja. Hallo, alles klar? Nee, sieht's nicht so aus wie es sonst aussieht. Wie kann sie nur, ne? Kannst du jetzt auch her? Geht's jetzt wieder rein? Nee? Mann, ich hast nur geguckt. Okay, dann lauf halt noch weiter draußen rum. Hi, du bist putzig. Hallo, hallo. Ja, ist ja gut, Mann. Irgendwo anders. Na, der ist nah an der Kamera. Der will ich dir drehen. Da kannst du rein. Was ist los? Willst du doch nicht? Nicht? Willst du nicht? Du bist ein sehr, sehr komisches Tier. Aber das weißt du, ne? Dann ist gut. Jetzt lässt du wieder hier rum. Jetzt quetscht sie sich gleich wieder hier durch. Oder was hat sie vor? Was wird das? Ach, jetzt kommst du da rum. Ah, okay. Ah, nee, war nicht breit genug. Okay. Äh, ja, wo auch immer sich hin ist. Ah. Erkundung abgeschlossen. Das war's jetzt. Ist das okay? Nee, geht's wieder raus? Nein. Oh, ich freue mich ja mal alles angucken. Oh, da ist ja noch nix fertig. Dann gehe ich wieder raus. Oh, und weg mit dich. Jetzt bist du wieder draußen. Hallo. Doch nicht? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Sarah macht gerade sauber. Die legt da gleich wieder neue Sachen rein. Was ist los, Potato? Was ist los? Macht sie dir nicht schnell genug sauber? Oder ist draußen alles wieder neu? Ja, da draußen rattern sie gerade wieder rum. Hoffentlich werden sie schnell mit der Baustelle mal fertig. Die Sarah macht gerade die linke Seite fertig. Das macht sie richtig gut. Die rechte Seite ist schon fertig. Aber unsere kleine Potato interessiert sich lieber dafür. Und jetzt genau da natürlich Ton. Ganz hart. Kann ich ausstellen? Hammer. Hammer. Japanische Spiele. So, alle Meerschweinchen haben sich wieder zurückgezogen. Es ist fast fertig. Wir müssen aber diese Seite noch machen. Und wir haben festgestellt, anscheinend sind alle Meerschweinchen gerade darunter. Heben Sie bitte das Haus an. Was ist das hier für eine Versammlung? Was soll das sein? Ist das Kuschelparty? Oder was? Und Zolt findet die Wand ganz toll. Oh ja, diese Wand ist total toll. Ihr seid alle blöde. Ganz besonders du. Ey. Ihr kommt nicht drauf klar, weil denn die Schippe liegt. Ich bin total verwirrt. Was soll denn das? Ich kann da gar nicht rum rum. Ja, da muss man mal drauf klarkommen. So, und jetzt sind sie alle sehr verwirrt. Wow. Yay. Aber es ist neu eingerichtet. Was will man mehr? Ja. Zolt ist toll. Zolt ist Liebe. Und das liebt Zolt. Das war doch wunderschön. Finde ich. Und sehr spontan. Hallo. Alles klar? Du verknasen. Und der Brösel ist sehr, sehr, sehr zufrieden. Das ist toll. Oh, eins. Potato. Potato, potato. Tomato, tomato. Und das geht wieder auf Erkundungstour. Naja. Guten Ungar, Brösel. Oder was nochmal das wird? Pff. Ich habe ernsthaft keine Ahnung. Du bist aber auf jeden Fall putzig. So, soll ich das jetzt auf YouTube hochladen? Auf die Müffelstücke? Ja oder nein? Das hier ist die Frage. Wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, dann habe ich das auf YouTube hochgeladen. Einfach weil ich euch das nicht vorenthalten wollte. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf. Und wenn ihr es in meiner WhatsApp-Story gesehen habt, dann hoffentlich hat es euch gefallen. Wir wünschen euch alles Gute und man hört und stört sich. Und was euch auch noch gefallen könnte, ist mein neuestes Video auf meinem Can-Kanal. Ich rede über Schilder und packe Sachen von euch aus. Das ist eine wirrsche Kombination, aber es funktioniert. Guckt es euch einfach an. Erster Link in der Videobeschreibung. Das ist ein sehr, sehr komisches Tier. Aber das weißt du, ne? Das ist... So schläft sie. Damit ist alles bewiesen. Was? Was? Weißt du was über mich gesagt? Ja, lass mich weiterpinnen. Ciao.